und damit welcome back freunde des genusses exquisiter kaffeesorten zu einer weiteren folge espresso tycoon wir werden heute mal die mission starten wir haben jetzt eh nur noch diese eine zur verfügung in der demo und zwar babyhai in gefahr die klugen köpfe der stadtverwaltung von sydney beschlossen eine erstaunliche unterwasser struktur zu schaffen ein riesiges umgekehrtes aquarium es sollte das bewusstsein für die notwendigkeit des schutzes der meeresflora und fauna schärfen leider mussten sie nach dem bau dieses technischen wunderwerks feststellen dass niemand es besuchte gerüchten zufolge hatte niemand daran gedacht dass ihr brillanter plan werbung einfordern würde um ihre fehler zu korrigieren und ihre abletz plätze zu retten haben sie dich mit der aufgabe betreut dort ein café zu eröffnen und jetzt ist der text weg bring wieder leben in die bude mach auf dich aufmerksam und hilf den ozean zu überleben so wir besitzen 1200 im bar wir haben ein darlehen angenommen müssen das zurückzahlen und drei aufklärungsplakate müssen wir an sich aufstellen und dann ist die mission geschafft immer mal los wir fahren wieder von vorne an so wir machen jetzt mal einfach kaffee beste so nehmen als logo einmal diese wunderschöne tasse sowie die daneben oder die mir das herz könnte man auch nehmen ich weiß nicht einfach viel zu viel zur auswahl ach wir nehmen jetzt den kleinen mann ich mag den den lebkuchenmann so schriftart ja können wir so lassen da halten wir uns jetzt nicht lange auf einmal in rot alles erledigt los gates ja leute das ist jetzt unser café und wie wir sehen ist das hier wirklich noch nicht voll eingerichtet also da geht auf jeden fall noch mehr da ist luft noch oben die zwei tische auch die zwei billigsten eine bar sozusagen das ist nicht viel aber wir haben jetzt auch nicht viel geld das heißt wir müssen hier wirklich spaß am vorrang gehen und ja hier missionen werdet weisiger das habe ich schon rausgefunden würde mal sagen wir kümmern uns jetzt uns erstmal so ein bisschen um die basics heißt wir checken jetzt mal eben die vorräte und wir werden jetzt auch erstmal ganz unten anfangen und nicht gleich die qualitätsstufe eins nehmen sondern wirklich ganz unten wir gucken mal dass wir hier ein bisschen kaffee auf vorrat haben das muss ein bisschen so wasser filter haben wir fünf könnte erst mal reichen guttaten ja mich ist auf jeden fall sehr wichtig da würde ich jetzt ja vielleicht mal mit der level einsam milch anfangen ich muss schon von vornherein gute qualität haben also vanillesirup brauchen wir jetzt erstmal nicht top ins ja können wir an sich mal machen nicht einmal knusprig wir gehen auf die billigste variante müssen sparen ohne ende weil die firma hier hat geschlafen die hat einfach kein marketing geschalten also keine werbung das ist das fatalste was man machen kann so schlagsahne und dann hätte ich gesagt nennen wir noch hier schöne blaubeerde fertig mehr geht erstmal auch nicht so hier vielleicht noch simple tassen zwei stück relativ feuer das war es aber dann hätte ich gesagt vorräte haben wir jetzt warten wir mitarbeiter was haben wir denn jetzt hier finden mitarbeiter ungeheuert ein mitarbeiter johnny doe acht stunden schicht er kriegt jetzt relativ viel gehalt das muss ich dann vielleicht auch noch mal runterschrauben ich muss sparen ohne ende wenn wir uns jetzt mal den zeitplan anschauen der max am liebsten vormittags das heißt ich würde jetzt fast noch mal ein für nachmittags zu nehmen oder eine acht stunden schicht irgendwo damit haben wir nicht mal eine sechs stunden schicht ist nicht so geil schlecht schlecht nicht schlecht schlecht eigentlich wäre hier riechert ziemlich geil ja gut wir können ja so eine nachts vormittags schicht machen immer den da hier so wann geht denn die nacht offiziell los fünf uhr das heißt unser café wird jetzt erstmal dann kurzzeitig leer stehen jetzt gesagt wir holen uns vielleicht mal ganz schnell lassen uns da vielleicht auch erst mal an billige sachen weil hier noch ein stuhl oder wie weit feuer ne farbe weiß ich noch nicht jetzt erstmal standardmäßig aber da irgendwie geht das nicht mit dem tisch warum warum ist das so wir machen hier mal ah hier würde es so würde gehen dann machen wir das jetzt erst mal so dann haben wir zwei tische mal ganze pakete hier einsammeln ne komm und was halt auch unfassbar wichtig ist wenn anfangen jukebox ohne jukebox geht hier nämlich gar nichts ehrlich gesagt die muss rein die gesetzt man erstmal dahin ähm ja wände und boden und so würde ich ich würde das jetzt alles noch mal lassen ich habe jetzt auch gar nicht mehr so viel kohle ich glaube ich muss jetzt erst mal gucken dass der laden hier anläuft wird es denn eigentlich mit der karte aus was haben wir denn eigentlich zum anbieten da okay americano wir haben schon eine kaffeemaschine mit äh mit aufbrüher oder nicht wo ist denn hier unsere kaffeemaschine da ist unsere kaffeemaschine ich hoffe schon da haben wir noch nicht würde 300 kosten ist jetzt noch zu teuer okay wir bleiben jetzt erstmal mit dem standardsortiment hätte ich gesagt vielleicht machen wir nochmal einen eigenen kaffee so eine art milchtraum oder sowas den hatten wir ja schon mal machen wir mal hier ein bisschen rein ein bisschen heiße milch ein bisschen mehr heiße milch also die leute springen da gar nicht so drauf an ist besser raus ne auch nicht ist besser rein aber irgendwie dachte ich mache jetzt nochmal so irgendwie so ein bisschen geilen milchkaffee vielleicht doppelmilch ja ja doppelmilch senioren finden es geil gut dann machen wir doppelmilch machen wir den nächsten schritt machen wir jetzt relativ zügig ein bisschen schlachsahne drauf blaubeere baubeere baubeere dann ist das ding eigentlich schon mal geritzt können wir später auch noch bearbeiten wenn es ist aber blaubeere habe ich doch eigentlich bestellt können wir schon dann ans menü nehmen müsste das paket was das ist schiller schiller schwimmt gerne das machen wir ja doch auch oder das ist schiller grüß dich schiller schön dass du mit dabei bist so was haben wir eigentlich gerade jazz jazz ist ganz gut ok dann würde ich jetzt mal sagen öffnen wir mal oder ok öffnen so ok gut zwei schichten let's go wir machen das alles schon mal gleich von vornherein schneller es muss zügig gehen was sind was war das jetzt für ein pfeil geldmultiplikator wie funktioniert es kaufe mir dekoration und sammle mir stilpunkte um dein geldmultiplikator zu erhöhen je höhe dieser ist desto mehr geld verdienst du mit jedem verkauften kaffee ok grundsätzlich keine schlechte impfung wir holen nochmal zwei so schöne pflanzen rein wadabam wadabam nochmal so ein bisschen dekomäßig was machen ja wände wir haben hier ja nicht wirklich wände ne wir können nur diesen kleinen abschnitt hier unten ein bisschen ändern wenn wir diese hässlichen Beete rein machen aber ich würde fast sagen sagen sachen auch gut würde fast sagen wir machen mal backsteine das kostet mich jetzt 102 das gehen wir mal aus und dann gucken wir mal was kosten böden die denn aus orangenholz das ist geil aber das kann ich mir grad nicht leisten das werden wir uns aber dann leisten gut vollgas ja genau ich habe keine mitarbeiter moment das können wir irgendwie noch ein bisschen bewerkstelligen okay geht da an ich brauche nochmal irgendwie so eine wieso kann ich das jetzt was alleweil die ist so schnell okay der ist schon wieder am arbeiten wir brauchen noch so eine Mittagsschicht das funktioniert sonst nicht die würde ich dann noch mal ein bisschen nach vorne ziehen sobald es jetzt dann durch ist wir können ja eigentlich schon mal gucken hier anheuern wir machen kurz nochmal langsamer äh vormittags nachmittag acht stunden ja komm dann immer den jetzt zur wurscht die melissa ja melissa ich würde dich jetzt dann so ab ah die ist schon am arbeiten ey wahnsinn eingestellt und schon prompt am arbeiten so kann ich das jetzt nochmal verschieben da ist bis um eins die müssen wir dann noch einen ticken nach vorne schieben sobald sie durch ist aber dann haben wir jetzt zumindest schon mal mitarbeiter am start ist das schon mal geil smooth jazz baby so nochmal der kinomodus wird schon so ein bisschen raus hier das ist schon ein paar tage nicht gespielt können wir uns das hier echt cool in ruhe anschauen aber wie gesagt so eine idee ist schon ganz geil ne können wir hier die quallen beobachten oder hier die haifisch was haben wir hier ja hinten fisch richtig geile geschöpfe richtig intelligent die viecher so jetzt würde ich aber sagen da haben wir jetzt im grunde naja nochmal schnell gehen nochmal auf den zeitplan und sobald jetzt melissa fertig ist schieben wir die nochmal einen ticken nach vorne ne dann sollte das rad hier rollen ja 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 irgendwie so ja genau so ist so perfekt wunderbra das heißt wir haben jetzt 24 7 offen so muss das wir haben hier ultra viel müll und dann hätte ich vielleicht gesagt holen wir jetzt schon mal nochmal stühle waren wir ziehen das jetzt hier einfach weiter durch einfach erstmal durchziehen äh still still mach ich mal hier einen hin mach mal da einen hin vielleicht noch hier so einen schräg geht das? nein das geht nicht hier noch einen hin und hier noch einen hin so reicht mehr hab ich nicht so Sitzgelegenheiten haben wir dann im Grunde jetzt erstmal jetzt muss ich den ganzen Käse da wieder selber wegräumen hier den Müll ich hab keine Pulsfrau mehr alter schönes Kleid oder? richtig geile intensive Farbe gefällt mir ja das ist eine von den lästigen oder? ja eine lästige Dame und zwar die Samantha von Sex in the City ist das so das bewässern wir nochmal alter aber trotzdem also für das ne dass wir eigentlich drauf aus sind die Leute darauf hinzuweisen ihren Müll jetzt nicht mehr ins Meer zu schmeißen oder grundsätzlich ein bisschen umweltbewusster zu leben machen die hier dann trotzdem schon wieder viel Müll so die Message kommt noch nicht so ganz durch hier was Touristen haben nichts zu bestellen wieso was ist los? was? Milchstraße ist alle? ich hab schon wieder keine Milch mehr oder wat? alter nichts mehr da krasser Scheiß ok weißt du wat? wir gehen jetzt hier auch schon mal auf den besseren Kaffee ehrlich gesagt ok also Level 1 muss schon sein selbst wenn man pleite ist muss man schon ein bisschen was an Qualität bieten hat unser Geld hat unser Geld zahlt gar nichts ja schön alt herbei man ist doch relativ gut besucht die Dame die Schalorde Touristin gönn dir gönn dir gönn dir gönn dir ich habe die besten Bohnen im Hause gönn dir gönn dir ist mein Paket eigentlich schon da? ne äh verkaufe 8 Flat White ich glaube das kann ich ablehnen das krieg ich nicht hin schneller schneller we need the money das ganz nette Mission so aber mir fehlt hier irgendwie der Charme so Pakete sind da Hurra so das heißt wir könnten jetzt oder können jetzt wieder alles anbieten mal schnell schauen hier die Toppins aber ich glaube das hält sich ja ganz gut ja jetzt haben wir erstmal das sollte erstmal reichen weg den Müll weg den Dreck wer ist der Angestellte hier? der Richard ist das da weh hast du noch ne Idee wie wir schneller an Kohle rankommen? außer jetzt Deko um uns zu schmeißen Level 2 Kaffeebohne auch für 10 Cafés zu mitnehmen. Das haben wir auf jeden Fall geschafft. Ja, wir sind wieder an dem Punkt, wo wir halt einen Mitarbeiter im Café so, was die Kaffeestufe angeht, auf gut haben müssen. Schulung ist halt auch so teuer. Wir haben jetzt hier einen nicht schlecht. Das heißt, wenn wir Richard jetzt schulen für 240, hätte man das an sich schon mal erreicht und hätten dann schon mal drei Bohnen. Aber ist halt teuer. Madame, Feedback. Christina. Das ist eigentlich relativ happy hier. Gibt den Stil des Ortes. Der Preis von Milchtraum ist sehr günstig. Oh. Das kann ich ändern. Ja, schrauben wir mal die Preise hoch. Inflation und so. Milchtraum machen wir mal auf 2,4. Da muss ich auch ein bisschen weit reinkommen hier. Und solange jetzt hier keiner wegen den Preisen rumholt, ist eigentlich alles in Ordnung. Americano ist sehr günstig. Okay, die mögen an sich die Preise. Das habe ich so ein bisschen erhöht. Deswegen müssen wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen abwarten, bis einer hier einen Kaffee kauft mit den neuen Preisen. Diese Pflanzen, ne? Die saugen Wasser ohne Ende. Der Wahnsinn. So, Wasserfilter ist eh schon fast weg. Kaufen wir nochmal ein bisschen was. Nicht zu viel. Fünf Stück sollten reichen. Dann gehen wir jetzt mal auf... So, als für Mucke haben wir Bock. Die Mucke, ey. Soll es so ein bisschen auf orientalisch gemacht sein, oder was? Machen wir erst mal easy Hip-Hop. Hip-Hop geht immer. Schön Lo-Fi-Beats. Jetzt wurde er like. Wir brauchen hier noch Dekos, sehe ich gerade. Das Wichtigste wieder vergessen, ne? Die Servietten. So. Mr. oder Mrs. Melissa. Oh, machen wir ein bisschen zügiger hier. Ich mag es nicht, wenn sich hier die Schlangen so bilden. Okay, also wehrmann sich genug Plätze. Wir können jetzt eigentlich erst mal gar nichts anderes machen als Schnellvorlauf. uns das Gezappel hier anschauen. Ja, wir haben bestellt den Milchtraum. So, gibt es schon Feedback? Das ist doch, könnte besser sein. Kaffeemaschine müssen wir auch eine neue kaufen, ne? Oh, jetzt ist es aber so platztechnisch. Ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen nachlegen, ne? Wie gesagt, jetzt am Anfang erstmal einfach reinklatschen. Schön, können wir es immer noch machen. Dann haben wir zwei Plätze hin. So, das hier, schon mal schön aufräumen. Das ist dann auch weg. Okay. Das ist auch eine lässige. Die Joanna. Das Preis für Espresso ist sehr günstig. Das kann sich noch ändern. Auf Poste. Boah, wir machen jetzt mal richtig übertrieben. Ja, was heißt richtig übertrieben, aber schon ein gutes Stück teurer. Mal gucken, was sie sagen. Schrauben den Preis so weit hoch, wie wir können, bis sie zum Meckern anfangen. Muss man halt auch immer so ein bisschen anpassen. Am besten wäre natürlich unauffällig anpassen, das heißt über ein Jahr oder so immer mal wieder ganz leichte Preise erhöhen, sodass der Konsument das gar nicht mit kriegt. Das hatte ich nämlich letztens auch bei Cola Pizza habe ich bestellt. Das letzte Mal ist her gewesen seit ja keine Ahnung zwei Monate oder sowas her. Dann habe ich letztens bestellt und dann wollte ich diese richtig geilen scharfen leckeren 9er Chicken Wings haben. Dann dachte ich mir so wo ich auf den Preis geschaut habe was ist denn da los? Irgendwas ist anders. Vor einmal haben die 10,60 gekostet. 9 Chicken Wings und dann dachte ich war Monaten habe ich noch 9,80 gezahlt oder so. Also haben die die Preise letztendlich auch schon wieder angezogen. Schon echt krass. 10,60 ist schon ordentlich. Aber die sind halt auch geil. 10 Pflanzen haben. Ich weiß gar nicht ob ich mir das jetzt gerade so leisten kann. Wenn ich die günstige nehme. Ja doch das kriege ich hin. Geht es nur darum dass ich hier 5 6 7 8 9 10 Erledigt. Und dann können wir die auch gleich wieder verkaufen. Hier im Vollpreis. Ob die Herausforderung ging. So. Jetzt überlege ich. Erstmal in Mitarbeiter investieren oder in Kaffeemaschine. Was ist die Frage? Jetzt fast gesagt erst mal Mitarbeiter. 240. Wir machen das mal. Checken nochmal schnell die Vorräte. Immer noch sechsmal Kaffee. Das reicht. Milch. Naja Milch könnte man schon fast wieder nachholen. Poppins. Machen mal erst mal drei. Das geht noch. Das ist auch so eine Mission die kannst du durchgehend auf schnell lassen. So wir brauchen Kundenfeedback. Okay Barista weiß nichts. Da stimme ich überein. Aber ansonsten Preis vom Milchtraum ist sehr günstig. So Milchtraum könnten wir dann nochmal ein bisschen anziehen. Machen wir mal auf 3,5. Ansonsten ja Preis Milchtraum Preis Espresso auch sehr günstig noch. Ich glaube wir können schon nochmal gut alle anziehen. 2,6 Americano auf 3 den auch auf 3 So Herzlichen Glückwunsch der Kaffee hat den Standard erreicht und mit 3 goldenen Boden vor allem 500 Tacken kriegen wir dafür geil Das nächste wäre ein Barista in Fähigkeit Milch auf gut zu kriegen Fähigkeit Milch ansonsten Recherche 10 neue Gegenstände Ah ja Richtig Wir müssen ja auch noch hier ein bisschen was erforschen Wäre jetzt mal gesagt gehen wir vielleicht erstmal auf Toppens Andere Milchsorten vielleicht Zündere Zutaten Wir machen erstmal das hier 10 Dollar am Tag Mehr geht halt nicht Ne Wir müssen schon so 20 Dekoration Dann bin ich jetzt erstmal wieder auf Wände und ja vielleicht sogar Tische gehen auf Füßböden Freut die ich gut kann reden Das ist noch früher morgen und vielleicht noch Snacks Oh Snacks müssen wir auch noch platzieren Ganz wichtig So hier auch nochmal auf 20 vielleicht hier auch 30 am Tag Das ist ein bisschen zügiger geht hier Läuft die Recherche schon mal durch So eine Bewertung Bewertung von 80 halten haben wir schon Stilpunkte brauchen wir 50 Was können wir dann noch rausholen Alter die richtig Müll voller Goschen geil Als ob jetzt hier das Wasser schon wieder durch ist Okay Snacks Leute Jedes gute Kaffee braucht Snacks Wir haben jetzt natürlich für den Anfang erstmal nur wieder die Croissants aber besser als nix Ich krieg das irgendwie hier nicht so gut platziert Alter schon wieder ein Croissant weg hier einfach voll machen hier Am Anfang geht es nur um Cash Leute nur um Cash Schönheit ist zweitrangig gib mir den Müll gib mir den Müll äh Touristen haben nichts zu bestellen was ist los Vorräte gehen aus Ich hab doch hier noch reiner Espresso Ich hab ja auch noch Mespresso Mespresso Na gut holen wir nochmal einen guten Schwung Mischte da ist Ja komm nicht geht immer Ja wir sind schon noch gut aufgestellt Ja vielleicht machen wir hier mal neue Becher Zwei davon Wir sind jetzt auch schon bei über 1000 Das heißt wir können jetzt hier eigentlich Ah Das war jetzt eigentlich voll dumm die zu reparieren Kaufen die neue Sehr gut So Feedback Leute Preis für Espresso ist gut Das heißt wir könnten da auch noch hoch gehen Schaut es bei dir aus Was sagst du zum preis Espresso alle sagen Espresso ist noch zu günstig 28 hoch hier nochmal ein mehr hier überall einfach mal was anziehen hier das geht schon easy so langsam läuft so langsam läuft wir könnten jetzt auch noch obwohl jetzt werbung machen ist glaube ich dumm müsste ich jetzt eigentlich meine Mitarbeiter mal so ein bisschen Schnelligkeit trainieren das kostet gut Geld aber ich mache das jetzt erstmal das ist super wichtig top das nächstes holen wir uns den Boden Leute den holen wir uns dann noch und dann ist die Folge eh schon wieder durch so ist jeder happy hier der fisch besser besser sein aber okay die ist schon happy hier das passt schon espresso immer noch zu günstig und white americano ist auch zu günstig also die Leute die wollen hier einfach ihr Geld lassen wir machen jetzt mal extrem sehen wir die preise mal extrem an mal gucken was passiert Kunden können americano nicht kaufen weil was fehlt alter was ist hier los kaffeebohnen hä achso ja hier gönnung vergessen einzusammeln ich hätte schon jetzt gern gleich mal auf reserve kommen aufgeschissen und Milch geht eigentlich noch so jetzt warten wir bis die kohle da ist für den boden bambam wonder bra was sagst du melissa läuft doch eigentlich schon mal alles ziemlich geil hier was du wirst alle bald ohne nespresso sein macht nix wir haben einen besseren kaffee da herausforderung verkaufe drei kaffees mit mindestens sechs besonderen zutaten ich weiß bis heute noch nicht was eine besondere zutat ist außer liebe oh yeah check the beat check the flow man check sein gezappel er ist richtig am abzappeln okay okay ich würde sagen wir haben die kohle zusammen für den boden da machen wir jetzt tatsächlich hier stilpunkt fünf auch schon stilpunkt sieben oder acht machen Wie schaut denn das hier aus? Ganz schön düster hier, oder? Ich finde eigentlich so Holz schon ziemlich geil. Wir machen das jetzt erstmal. Ja. Und schon sieht das Café viel einladender aus, muss ich sagen. Aber was mich jetzt mal interessieren würde, wie kann man denn hier irgendwie Lampen anbringen? Tatsächlich keine Wandlampen, ne? Das habe ich mir schon fast gedacht. Okay, wir könnten hier noch so ein bisschen was machen. So, in jeder Ecke mal eine. Können wir auch so schräg machen, obwohl es eigentlich scheißegal ist. Yo. Machen wir nochmal ein bisschen sauber hier. Gehen wir nochmal mit dem Lappen drüber. Und dann hätte ich gesagt, wäre es das erstmal für heute gewesen. Alles klar, Leute. Dann bedanke ich mich bei euch da draußen fürs Zusehen. Und natürlich würde es mich freuen, wenn ihr mich ein bisschen unterstützt. Mit den Daumen da lasst. Und jetzt wünsche ich euch noch einen erfolgreichen und lässigen Tag. Trinkt viel Kaffee. Lasst es euch gut gehen. Sexy und geschmeidig bleiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski. Untertitelung des ZDF, 2020